So, hello, hier bei Barbarian. Ich wollte euch jetzt in dieser Folge, in diesem kleinen Letztes-Völkchen, wollte ich euch zeigen, einmal das Überleben und einmal das Unendliche. Und wir fangen an mit Überleben. Juhay. Indem sie ihr Team vergrößern, können sie mehr Schaden anrichten und mit interessanten Kombinationen aufwarten. Aha. Interessant. Besonders für euch, die ihr das Spiel noch nicht kennt. Gut, in dem Überleben geht es jetzt darum, mal am besten mal zu überleben und nicht gleich zu sterben. Und dann geht es weiterhin darum, dass man immer zu den Ausrufezeichen laufen muss. Denn da verstecken sich neue Freunde, neue Kollegen oder auch besondere Sachen. Und mit den Sachen, die man da bekommt, ist man stärker und kann somit besser gegen die ganze Meute hier antreten, die nach und nach größer wird. Oh, war es schon so einer? Es sind übrigens auch Gegner dabei, die im Laufe des normalen Dings erst kommen. Denn das Überleben hat nichts mit... Oh Mann. Nichts mit dem normalen Spiel eigentlich zu tun. Ihr versucht es nochmal erneut. Denn hier bei dem Überleben sind A, die Gegner anders, also auch schon stärker. B, auch unsere Gefährten sind stärker. Also wie ihr seht, unsere Magier, die können hier jetzt schon ganz schön eine Wucht aufbauen hier. Und einfach mal so einen roten Klopsi-Mann im Handumdrehen umbringen. Aber sehr viel aushalten tun die scheinbar auch nicht. Und die Bogenschützen, die treffen jetzt auch wirklich beim Vorbeigehen. So wie ich das meinte. Oh nein, noch ein Mann. Ahaha. Oha, knapp. Nein. Gebt mir bitte neue Leute. Ich brauche neue Ausrufezeichen da oben. Ausrufezeichen. Wie ihr seht, der Bogengeschütze ist jetzt nicht unbedingt der beste. Aber immer noch besser als gar keiner. Beim Überleben. Aai, aai, aai. Hallo Knochenmann. Ui, ein Speck ist aufgetaucht. Das heißt Leben für uns. Leider brauchen wir das Leben grad gar nicht. Ähm, aber soweit ich weiß, verschwindet das auch nach und nach. Zumindest ist es mit Gold und, äh, Noten so, dass die nach und nach verschwinden. Ich bin übrigens grad wieder allein, äh, unterwegs. Und jetzt hätte gerne, ja, neue Freunde da oben. Nein. Ui, Isaac. Isaac ist schon wieder fast tot. Isaac schießt schon mit roten Kugeln. Scheiße. Ja, super. Isaac ist tot. Äh, das hat ja jetzt mal nicht viel gebracht. Aber wenigstens haben wir Isaac jetzt freigeschaltet. Nein. Boah, super. Ich bin auch schlecht in dem Überleben. Naja. Dann sag ich mal, zeig ich euch gleich das andere. Und zwar ist ja das andere, das Endlos. Ja, weiter. Äh, Unendlich, genau. So heißt es nicht Endlos, sondern Unendlich. Und da geht's halt jetzt darum, dass wir immer nach rechts laufen müssen. Müssen und alleine sind. Äh, äh, so weit kommen sollten, wie wir es denn schaffen. Dabei immer wieder Geld einsammeln. Müssen wir zwar nicht, aber das ist hilfreich, um sich dann wieder Updates zu kaufen. Man muss immer den Bellen ausweichen und auch schauen, dass man nicht von der Meute... ...den Bellen ausweichen, hab ich gesagt. ...und auch nicht von der Meute da hinten aufgeholt wird. Weil dann die tun einem auch weh. Also wenn ich euch das mal zeigen darf. Doing. Die Tode sind immer so grausam. Ja, und das hier ist jetzt eigentlich ein Distanzrennen. Also, ähm, hier geht's halt wirklich darum, dass man so weit wie möglich kommt, ohne umgebracht zu werden. Um halt da noch weiter zu kommen. Also, sehr logisch halt. Ja, und da sind wir letztes Mal gestorben. Jetzt sind wir da drüber hinaus. Uah. Ja, wir werden von ganz vielen Bellen verfolgt. Was ich gerade nicht allzu prickelnd finde. Deswegen lasse ich die mal überholen. Dann werden wir nicht mal von denen verfolgt. Ja, wir verfolgen sie. Hahaha. Äh. Die Dinger, die schießen immer dreimal. Dann lassen sie kurz einen durch. Man kann's ja natürlich auch versuchen, zwischen den dreimal vorbeizukommen. Aber das ist dann nicht ganz so einfach. Eins, zwei, drei, durch. Eins, zwei, drei, durch. Eins, zwei, drei, durch. Und so muss man halt schauen, dass man recht weit kommt. Den hab ich jetzt nicht gesehen. Super. Naja. Ähm. Jetzt habt ihr das auch gesehen. Das war mein Bestes. Und zumindest hier in diesem Durchlauf. Äh. Anders hab ich's schon besser geschafft. Wenn man hier auf das Krönchen klickt. Ich hoffe, es wird gerade mit angezeigt. Und zwar die Schaltzentrale von Steam. Die ich gerade nicht laden will. Dann lassen wir's bleiben. Auf jeden Fall werden da halt die Erfolge von den anderen Leuten auch angezeigt. Und man kann sich mit denen vergleichen. Und da ist ein so ein kleiner Cheater. Der hat sich mal gedacht. Der hat cheater da ein bisschen. Und das sieht man auch direkt mal. Jo. Ich verlasse mal dieses Ding hier. Und dann würde ich sagen. Jetzt muss ich auch leider euch verlassen. Wie gesagt. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare. Ob ihr das Spiel weiterhin sehen wollt. Als Let's Play. Oder ob ihr es bei dem belassen wollen. Und das ganze Let's Test nennen wollen. Sagt es mir einfach. Wie es euch gefällt. Jo. Bis dahin. Ciao, ciao.